Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Ein gepanzertes Bergungsfahrzeug ist in der Regel ein leistungsstarker Panzer oder ein gepanzerter Mannschaftstransportwagen, der für den Einsatz während des Kampfes zum Abschleppen oder Reparieren von kampfbeschädigten, festgefahrenen und nicht einsatzfähigen gepanzerten Kraftfahrzeugen dient. Heute zeigen wir dir die 10 besten gepanzerten Bergungsfahrzeuge der Welt. Brehm 84 Athlet Das Reparatur- und Bergungsfahrzeug Athlet Brehm 84 wurde von Kharkiv Morozov Designbüro entwickelt. Die Serienproduktion des Fahrzeugs begann im April 2018, um die Anforderungen der Streitkräfte der Ukraine zu erfüllen. Ein hydraulisch betriebener Kran, der auf der rechten Seite der Wanne installiert ist, bietet eine maximale Hubkapazität von 25 Tonnen und eine maximale Ausladung von 6,8 Metern, um leichtere Fahrzeuge, Türme und Antriebseinheiten zu heben. Ein 3,4 Meter breites Planierschild ist an der Vorderseite des Fahrgestells angebracht, um die zerstörten Fahrzeuge zu bergen. Das gepanzerte Fahrzeug ist außerdem mit einer mechanischen Winde ausgestattet, die eine maximale Zugkraft von 250 Kilo Newton zum Heben und Ziehen von Lasten hat. M88A2 Herkules Der M88A2 Herkules ist ein selbsttragendes, gepanzertes Bergungsfahrzeug, das bei Rettungs- und Bergungseinsätzen auf dem Schlachtfeld eingesetzt wird. Der M88A2 wird nun von BAE Systems hergestellt. Der Herkules kann bis zu 70 Tonnen schwere Kampffahrzeuge wie Leopard M1A1, M1A2, Überbrückungssysteme und andere Fahrzeuge bergen. Das Fahrzeug ist mit einem langen 35 Tonnen Ausleger und einer 140.000 Pfund Konstanzughauptwinde für überlegende und leichtere Windeigenschaften ausgestattet. Es ist außerdem mit einem 280 Fuß langen Seil und einer 3 Tonnen Hilfswinde ausgestattet. Brem Lev Das staatliche ukrainische Lemberger Rüstungswerk Lev hat die Erprobung des Bergungspanzers Lev erfolgreich abgeschlossen. Das Fahrzeug basiert auf dem Kampfpanzer T-72. Der Brem ist für die Evakuierung und das Abschleppen defekter, beschädigter Ketten und Radfahrzeuge im Kampfeinsatz ausgelegt. Der Lev ist mit einer Winde mit einem 200 Meter langen Seil ausgestattet. Darüber hinaus verfügt der Lev über einen Kranausleger mit einer maximalen Tragfähigkeit von 12 Tonnen für die Montage und Demontage von Einheiten und Baugruppen im Feld, insbesondere von Panzertürmen, Motoren oder Getrieben. Brem 1 Brem 1 ist ein gepanzertes Bergungsfahrzeug, das vom JSC-Forschungs- und Produktionsunternehmen Ural-Vagov-Zawod entwickelt wurde und hauptsächlich von der russischen Armee betrieben wird. Der Brem 1 ist mit einem Kran mit einer Tragfähigkeit von 20 Tonnen ausgerüstet, der beschädigte oder festsitzende Fahrzeuge bis zu einer maximalen Höhe von 5,98 Meter heben kann. Die Hauptwinde bietet genügend Kraft zum Ziehen von 35 Tonnen Last, die mithilfe von Seilrollen auf 140 Tonnen erhöht werden kann. In die vordere Wanne des Fahrzeugs ist eine Spatenplanierraupe integriert, die mit einem 3,10 Meter breiten Blatt ausgestattet ist. Liebherr G-BKF Die Liebherr G-BKF ist eine ungewöhnliche Militärmaschine. Sie wird im Deutschen als Bergungspanzerkran bezeichnet. Dieses Fahrzeug verfügt über einen Teleskopausleger, der bis zu 20,9 Meter ausfährt. Seine maximale Hubkraft beträgt 22,8 Tonnen auf 7 Metern. Am Heck sind zwei Bergungswinden montiert. Die größere hat 75 Meter Kabel, während die kleinere 49 Meter nutzbares Kabel hat. Bei schwereren Lasten können beide Winden zusammen eingesetzt werden. Am Heck ist eine Hubwaage mit 16 Tonnen Kapazität zum Schleppen angebracht. Sie wird zum Abschleppen von beschädigten, unbeweglichen oder unkontrollierten Fahrzeugen verwendet. Die G-BKF kann Fahrzeuge mit einem Maximalgewicht von ca. 40 Tonnen schleppen. Bison Der Bison ist ein deutsches Bergungsfahrzeug, das auf einem 8x8 Schwerlastwagen von Mercedes-Benz Actors basiert. Der Bison ist mit einer speziellen Bergungsausrüstung ausgestattet. Er ist hauptsächlich für die Bergung verschiedener militärischer Radfahrzeuge vorgesehen. Das Fahrzeug ist auch mit einem hydraulischen Kran ausgestattet. Er wird zur Bergung umgekippter Fahrzeuge und zum Anheben verschiedener Lasten eingesetzt. Er verfügt auch über eine Bergungswinde. Das Fahrzeug ist außerdem mit Zugstangen und Zugseilen ausgestattet. Der Bergungspanzer III Büffel ist ein von Rheinmetall entwickelter Bergungspanzer. Er basiert auf dem Fahrgestell des Leopard 2 und ist mit einem leistungsfähigen Bergungssystem ausgestattet. Die Hauptaufgabe des Büffel ist die Bergung von beschädigten, umgestürzten und überschwemmten Kampfpanzern und anderen Kettenfahrzeugen. Der Büffel verfügt über einen auf der Drehplattform installierten Großkran, der 30.000 Kilogramm heben kann. Die mechanische Hauptwinde ist an der Vorderseite des Rumpfes installiert. Sie ist mit 180 Meter Seil versehen und hat eine Zugkraft von 35 Tonnen. Mithilfe von Flaschenzügen wird die Zugkraft auf 70 Tonnen erhöht. KW ZT-1 Mammut Der KW ZT-1 Mammut ist ein polnisches Bergungsfahrzeug mit schweren Rädern. Der Mammut ist auf dem Fahrgestell des tschechischen Militärlastwagens Tatra T815 7 8x8 aufgebaut. Es ist für die Bergung von militärischen Radfahrzeugen vorgesehen. Diese Militärmaschine ist mit zwei Winden mit einer Kapazität von 28 Tonnen ausgestattet. Eine der Winden wird für Arbeiten am Heck, zur Bergung steckengebliebener, beschädigter oder umgekippter Fahrzeuge verwendet. Die vordere Winde kann zur Selbstbergung verwendet werden. Der Mammut verfügt über einen hydraulisch ferngesteuerten Kran. Er kann 12.000 Kilogramm auf 3,5 Meter heben. Bei maximaler Ausladung kann er 5.200 Kilogramm heben. Oshkosh MMRS Das Oshkosh Multi-Mission Recovery System oder MMRS wurde als private Unternehmung entwickelt. Dieses schwere Bergungsfahrzeug basiert auf dem schweren, hochmobilen Oshkosh LVSR 10x10 Lastwagen. Diese Lastwagen sind beim US Marine Corps im Einsatz. Diese Maschine ist mit einem dreiteiligen Ausleger ausgestattet, der bis zu 12,5 Meter ausfährt. Er ist auf einer drehbaren Plattform montiert und um 360 Grad drehbar. Sie kann 34.000 Kilogramm in einem Radius von 4 Metern vom Fahrzeug heben. Die maximale Hubkapazität beträgt über 45.000 Kilogramm. Es gibt zwei Hauptwinden, jede mit einer Kapazität von 18.000 Kilogramm. Die Armee von Singapur stellte ein neues Bergungsfahrzeug mit verbesserten Sicherheits- und Effizienzfunktionen vor. Der als Wheeled Recovery Vehicle bezeichnete Lastwagen hat eine Bergungskapazität von 35 Tonnen, was bedeutet, dass er alle von der Armee Singapurs eingesetzten Radfahrzeuge sichern und bergen kann. Der neue LKW ist mit einem Drehkran ausgestattet, der es seiner Zweimann-Besatzung ermöglicht, Bergungsarbeiten aus verschiedenen Winkeln oder Positionen durchzuführen, wodurch sie bei beengten Platzverhältnissen mehr Möglichkeiten hat. Das WRV ist auch ein doppelwirkendes Fahrzeug, das gleichzeitig heben und winden kann, während sein Vorgänger jeweils nur einen Vorgang gleichzeitig ausführen konnte. Das ist alles Freunde, danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Fahrzeuge dir am besten gefallen hat. Und klickt auch auf die Schaltfläche, gefällt mir. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr euch verpasst. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr könnt,